Veränderungen können schnell Ängste bei Menschen erzeugen und das ist etwas, womit wir tagtäglich umgehen müssen, um die Kollegen einfach dabei zu unterstützen, dass sie das als notwendige Änderung für sich selbst sehen, um sich auch weiterzuentwickeln. Mein Name ist Ramsey Hils-Kubitzer. Ich bin Teamleiterin im Bereich Sales Excellence bei der Zellbach GmbH. Wir sind ein Tochterunternehmen der Vika-Gruppe und beschäftigen uns sehr viel mit dem Consulting in der kompletten Unternehmensgruppe. Wir beschäftigen uns eben viel auch mit dem goldenen Buch von Dale Carnegie. Da bekommt man ja viele Inputs, wie wir denn mit verschiedensten Menschen umgehen müssen. Und eines der Themen, das ich für mich auch etabliert habe, ist, mich vorzubereiten auf die Meetings. Das heißt, ich überlege mir, mit wem spreche ich da, was hat die Person an Herausforderungen, was ist deren Rolle, welche Beziehung habe ich vielleicht auch zu der Person, um damit mich besser darauf einstellen zu können. Und es ist auch etwas, was ich dem Bereich Sales Excellence auch nahelege, dass wir das tun. Ist natürlich nicht immer so zu leben im Alltag, aber sobald man sich das im Hinterkopf behält, dann schaut man sich das auch regelmäßig an und versucht das auch zu etablieren. In unseren CRM-Meetings, die wir haben mit den Niederlassungen zusammen, wir haben dabei immer versucht, die Inputs von Dale Carnegie mit zu integrieren, uns dementsprechend vorzubereiten. Auch die Vorstellung der Themen, an denen wir gerade arbeiten, eben dementsprechend aufzubereiten. Und das hat viel auch bei den Teilnehmern dieses Meetings geholfen, dass da ein regerer Austausch stattfindet. Es ist aktiver geworden, viel weniger wir erzählen und die hören zu. Das konnten wir ändern und damit auch für den Vertrieb mehr Austausch schaffen. Einen Benchmark, einheitliche Strategien, einen einheitlichen Umgang, um damit auch den Vertrieb natürlich erfolgreicher zu gestalten. Auch da bin ich der Meinung, dass man erkennt, also ich selbst auch erkenne, wer hat denn schon bei dem Dale Carnegie Training teilgenommen und wer nicht. Weil ja auch neben den ganzen Inhalten, die man bei dem Dale Carnegie lernt, auch der Umgang mit den Menschen eben da ist. Diese Kommunikation. Und da sieht man, dass das Ganze wertvoller auf mich oftmals wirkt. Diese Kommunikation untereinander mit mehr Verständnis eben dem Gegenüber herangegangen wird und damit einfach eine Offenheit geschaffen wird.